Zwischen Rücken und Bauch, man hat das Gefühl, der Rücken wird immer empfindlicher. Der Bauch möchte auch nicht mehr genau das, was man machen möchte. Er geht in jede Richtung mit und das kann ich bestätigen. Also das ist einfach ein Teil des Ablaufes. Aber wir müssen uns da nicht geschlagen geben oder das nicht hinnehmen, sondern wir dürfen dann einfach durch die Bewegung eben ein bisschen was dafür tun. Und da geht es eben auch darum, dass wir... Auch sehr, sehr spannend. Wo liegt da der Fokus? Der Fokus bei Plus 50 liegt im Zusammenspiel zwischen diesem Programm. Es geht um eine gewisse Beweglichkeit. Wir werden alle irgendwie merken, gerade mit 50 oder bei 50, dass wir alle so ein bisschen weniger beweglich werden. Und wir versuchen eben da mobil zu bleiben. Was ist jetzt dein Tipp für alle, die sagen, ich habe mich aber so lange nicht mehr bewegt. Wie fange ich an? Wenn das ein Set, das einfach Spaß bringt. Wir haben eine DVD mit drei Trainingseinheiten, a 30 Minuten und... Wir haben vier Tage gedreht. Also wir lassen uns immer gerne Zeit, weil wir natürlich auch so auf die ganzen Leute, auf das Team hören, was da... Wir schauen da jetzt gerade mal rein. Es sind zauberhafte Bilder. Da schauen wir gerade mal so ein bisschen. Dann steht Ihrem neuen, bewegten Leben überhaupt nichts mehr im Weg. Wir haben für Sie hier sehr, sehr schöne Übungen auch. Ganz ruhig und viel mit Balance. Genau, mit Balance und auch mit Koordination. Also Koordination ist das, was auch genau wie Balance immer für alles benötigt wird. Ich selber bin jemand, der koordinativ so ein bisschen, ja, rechts, links gerne vertauscht. Oben, unten auch. Hinten, vorne auch. Ja, bin ich total bei dir. Ja, ich habe da so ein bisschen, ja, und deswegen muss ich das einfach trainieren und balance bei mir genau dasselbe. Ich mache dann einfach die 60er-Übung. Ich bin noch keine 60, aber ich möchte auch mich balanciert und koordiniert bewegen können und am Leben teilnehmen können und nicht nur zugucken können. Und wir wollen alle älter werden, aber wir müssen nicht schwächer und wir müssen auch nicht unbeweglicher werden. Und genau dagegen arbeiten wir. Es geht darum, etwas für sich zu tun, wieder anzuknüpfen. Und auch als Team. Es sieht so spielend leicht aus, wenn du das machst. Aber man kann sich das jetzt kaum vorstellen. Auch Barbara Becker hat mal, aber auch das genauso wie bei mir auch. Und jetzt wie gesagt, ob sie nun... Das ist ein Ganzkörpertraining, aber eins, dass man wirklich, dass wirklich alle machen können. Alle können es machen, 40 plus, 50 plus, 60 plus und gerade das Dehnen, das wird Ihnen so gut tun. Das sind so Übungen, da kommen Sie von alleine nicht drauf. Aber dafür haben Sie ja eben Barbara Becker, die uns das auf eine ganz ästhetische, schöne, ruhige und stilvolle Art und Weise zeigt. Das bringt also vom Bild hier total Spaß. Da fühlen Sie sich gleich selbst wie in Miami. Und dann haben Sie hier auch genau die Anleitung, wie Sie diese Dehnung vornehmen können. Und da, und das ist das Schöne, da hat man wirklich nach ein paar Minuten in der Woche, wenn man das regelmäßig macht, ganz schnell Erfolge. Das ist ganz genial. Und mit der Atmung kann man ja beim Dehnung wirklich mit einer gewissen Ruhe rangehen. Dadurch können wir ganz intensiv und wirklich effizient arbeiten. Und mit diesen Bildern, die haben Sie dann bei sich zu Hause im Wohnzimmer. Das ist ja auch schon so ein Farbrausch. Herrlich, auch Licht. Das ist natürlich großartig mit der Kulisse in Miami. Da kriegt man gleich auch beim Zuschauen schon gute Laune. Ja, das wollen wir eigentlich immer so ein bisschen machen, dass wir eben auch das Meer mit einfangen, die Farben mit einfangen, die gute Laune und die Lebensfreude mit einfangen. Dass man auch da Lust hat, wieder hinzuschauen. Da siehst du jetzt, das ist wirklich aus dem etwas schwierigeren Programm. Das haben wir das Programm der 40er genannt, die vielleicht auch noch Stresshormone abbauen wollen, weil sie eben ganz, ganz, ja, weil sie vielleicht einen anstrengenden Alltag haben oder weil sie auch Muskelgruppen und den Kreislauf anregen wollen. Da arbeiten wir gerade an dem Bauch. Aber insgesamt haben wir natürlich ein Programm ausgewählt. Dreimal 30 Minuten immer mit einem Aufwärmenprogramm, wo man sich ganz individuell, da fährt gerade ein Schiff im Hintergrund vorbei, auch schön, wie man sich individuell einfach sein Programm zusammenbauen kann. Und man kann natürlich... In die Situation, dass ich mich überfordere, sondern ich kann ja meinen Trainingsgrad selbst bestimmen. Du kannst ihn dir schön bestimmen. Hier arbeiten wir jetzt gerade für den Bauch auch, aber gleichzeitig merkst du, wie du dich hier auf dem Unterarm abstützt. Das hilft natürlich auch, Kraft im Arm zu bilden. Es verrutscht nicht, man kann sich auch nicht verletzen, sondern man ist einfach wirklich sehr schön zu lösen. Wenn zum Beispiel, Tanja macht es uns gerade... Und es ist so genial, das Dehnen, das bemerken Sie so schnell, wie gut Ihnen das tut. Richtig, Dehnen und gerade auch den ganzen Körper... Vielleicht fangen Sie damit einfach mal an. Mit dem Dehnen habe ich ja selbst auch angefangen. Gerade unterer Rücken war ja auch lange mein Problem. Und da habe ich eben auch verkürzte Muskeln gehabt. Genau das, was du hast. Ich hatte sie hinten, du hattest sie vorne. Und der ganze Körper wird natürlich hier trainiert. Wir sehen jetzt hier, wie Tanja auf der Rolle den Oberschenkel ausrollt. Und gleichzeitig eben aber auch im Armstütz ist. Es muss fest sein. Ich kann das sagen, es ist alles fest. Genau, okay. So, also Arme, Arme, Arme strecken. Arme strecken, genau. Nacken lang, Tanja, ne? Ja, Nacken ganz lang. Wichtig, Schultern weit weg von den Ohren. Du kannst es auch noch ein bisschen... Ich habe einen tollen Blick in dein Dekolleté übrigens. Sieht auch toll aus. Ein bisschen, Nadine, konzentrieren. Ja, auch wenn sie reden. Genau. Einfach mal ausatmen, genau, und wieder einatmen. Hier nicht ganz so durchdrucken, genau, so ein bisschen höher. Aber du spürst es, wo spürst du es denn, Nadine? In den Armen. Richtig, und man spürt es hier vorne, die Brust öffnet sich. Wir kommen wieder... Relativismus. Also es gibt ja diesen Witwenrücken und dieses sich nach vorne beugen und sich verstecken und dann einfach wieder sich ein bisschen lehnen. Und das kannst du und teilen, wie du das möchtest und brauchst. Das finde ich super. Also, wir haben die Rolle im Set, wir haben die Yogamatte im Set, wir haben die DVD im Set und wir haben die Tasche im Set. Wetter zu Hause machen. Hast du das gespürt im Oberschenkel? Das ist... Ich spüre jedes Mal eine Muskulatur, das finde ich ganz toll. Aber ohne, dass ich jetzt denke, oh Gott. Das kann man nicht mehr machen. Wenn ich jetzt nur 10 mache, kann ich nicht mehr. Das ist auch oft ein Programm, dass man immer... Das ist gar kein Problem, das ist für Einsteiger. In die falsche Richtung hüpft, dann irgendwann bin ich so raus und bin frustriert und habe dann keine Lust mehr. Ich habe dann einfach keine Lust mehr. Und das ist das Tolle, hier können Sie in Ihrem eigenen Tempo trainieren. Sie können anfangen mit einfachen Übungen, mit schwereren Übungen, je nachdem, in welchem Fitnessgrad Sie sind. Und wir sehen, dass die Sachen werden ganz entspannt ausgeführt. Richtig. Und genau das, was du sagst, ist kein Frust aufkommen lassen, sondern Freude aufkommen an der Bewegung. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass die Freude aufkommt. Wir wollen, dass wir alle wieder mehr Flexibilität im Kopf haben. Also gerade jetzt siehst du das. Das ist für uns jetzt auch wieder eine schöne koordinative Geschichte. Das Überkreuz, das linke Bein mit dem rechten Arm, das ist für uns schwierig, ne? Für andere Leute ganz normal, aber das ist Koordination, die braucht jeder im Leben. Balance, Koordination, Flexibilität, Muskeln sind natürlich auch wahnsinnig wichtig. Und all das bauen wir hier auf. Ganz, ganz in Ruhe. Und Sie bekommen alles dazu. Sie haben jetzt keine Fitness-DVD, wo Sie sich dann noch eine Yogamatte besorgen müssen. Dann müssen Sie sich noch eine Faszienrolle besorgen. Wenn Sie zu Ihrer Freundin wollen, packen Sie das alle in die Sporttasche von Ihrem Mann, der meckert. Hier haben Sie alles im Programm dabei. Es ist alles dabei. Die Matte kommt mit, die sich nicht wieder selbst zusammenrollt. Die riecht nicht unangenehm. Die hat eine tolle Stärke, ganz angenehm darauf zu arbeiten. Die Rolle dabei, die endlich mal auch eine Länge hat, wo man nicht Angst hat, dass man da runterrutscht. Wenn man mit dem Knie ein bisschen wackelig draufsieht, dass man Angst hat, runter... Die hat 90 Zentimeter Länge. Die DVD ist natürlich dabei. Drei Verschiebungen, um den Körper eben auszurollen, die Faszien, das Bindegewebe zu lockern. Aber du merkst natürlich auch, dass wir uns abstützen und gleichzeitig was auch für den Bauch tun. Und auch hier für den Hintern. Das ist ganz körperspannend. Richtig. Ganz körperspannend. Ich muss schon gerade bleiben. Ja, aber du merkst, es ist nicht zu schwierig. Aber trotzdem, du kannst natürlich jederzeit, wenn es dir zu schwierig... Welchen Muskel spürst du? Oberschenkel, Hüftbeuger und aber auch Rücken. Was ist mit dem Bauch? Der auch. Und die Haltung. Der auch. Und die Haltung. Und ein bisschen... Volle Art und Weise, je nach Fitnesslevel, haben die Ausstattung mit dabei. Und dann mal ran. Und dann mal ran. Und es kann nichts passieren. Und dann mal ran. Und genau das ist das, was wir wollen. Es ist ja auch oft so, dass Leute sagen, ach, das traue ich mir nicht zu. Deswegen haben wir ganz, ganz spezielle Übungen gemacht, die wirklich für jedes Alter sind. Und Leute, die noch nie eine Yogamatte hatten, Leute, die gar noch nie was von Faszien gehört haben, können damit entweder über die Massage anfangen, die Dehnung anfangen. Oder übst du anfangen. Einfach mit ein bisschen Spaß ganz klein anfangen, um dann irgendwann vielleicht ganz weit vorne zu sein. So eine halbe Stunde. Und was ist, wenn ich nur... 10 Minuten heißt, dann hast du nur 10 Minuten. Und dann kann ich einfach meine Lieblingsübungen raussuchen. Richtig. Bin ich gezwungen, einen bestimmten Ablauf einzuhalten? Oder kann ich das einfach nach Gusto wählen, was mir gut tut? Also wir haben... Oh ja, ja. Man sieht ja auch, die Ruderer haben meistens die besten Figuren. Ja. Weil Bein, Rücken, Bauch, Rumpf, Schulter, Gürtel... Genau, schmale Teile, breites Kreuz. Ja. So muss es sein. Fest, genau. Vor allen Dingen auch fest. Und dadurch, dass so viele Muskelgruppen arbeiten, geht natürlich die Herzfrequenz sanft nach oben. Ich habe also hier ein Gerät, ich glaube, Millionen Mal in Amerika verkauft. Total Fit war der Klassiker mit Chuck Norris. Und wurde jetzt umdesignt. Und das Ganze für unter 200 Euro finde ich wirklich Wahnsinn. Es kostete viele, viele Hunderte von Dollar. Wo man gleichzeitig jetzt eben auch noch, egal ob schmal, Armrückseite, Trizeps... Ach so, dann trainiert man natürlich auch unterschiedliche Muskeln. Genau. Je nachdem, wie ich hier greife. Genau, genau. Und aufgrund dieses Drucks, das finde ich jetzt sehr, sehr schön als Physiotherapeut, muss ich sagen. Bei vielen Rudergeräten werden Knie oftmals fehlbelastet. Durch diese Fußeinstellung drücke ich hier mit den Fersen und kann nichts verkehrt machen. Dadurch habe ich auch bei jedem Rudern Bein und Po dabei. Das ist ein Ganzkörpertrainingsgerät. Ja. Jetzt könnten wir, darf ich es dir kurz zeigen? Ja. Sagen, was vorher oben schieben. Ich drehe mich einfach um, stütze mich ab, gehe hier drauf, egal in welcher Position und habe in dem Fall genau das gleiche Prinzip. Oh ja. Genau, der wird danach mein Bauch brennen, aber nach drei Wochen, wenn ich das mache, sieht ja besser aus. Ich kann hier sicher safe abgestützt so viele Übungen machen. Vier in einem. Es ist noch ein Trainingsplan, es ist ein Ernährungsplan dabei. Das ist klassisch Amerika, aber es ist gerade zum Rudern ein Geld verstellen, wie ich rudere. Oben habe ich, also ich habe, wie viel Rudereinheit ich gemacht habe. Ich sehe, wie lange ich gerudert bin. Es ist ganz einfach zurückzustellen. Ich gehe dann nach vorne, ich bin absolut sicher. Ich kann nichts verkehrt machen. Und hier vorne, über die Schraube kann ich zwischen 1 und 12 wählen. Es ist absolut einfach. Also das ist wirklich klasse, wie gesagt, mein Mann sportet, ich bin gut geführt mit diesem Gerät. Ja, genau. Man kann keine Fehler machen. Ja, es ist ja, ich belaste den Rücken nicht viel. Nein, ich bin abgepolstert, ich bin sicher, es ist für Einsteiger geeignet, für Fortgeschrittene. Und wie du sagst, Bauchmuskulatur vermittelt eben. Nein, 16 Kilo, ich kann es alleine bewegen, ich kann es wegrollen, ich kann den Winkel verstellen. Also es ist zu diesem Preis, vielleicht auch wirklich schon an Weihnachten denken, sich mal so ein bisschen überlegen, Fitness der ganzen Familie zu schenken. Ein Routergerät, also Ausdauer, trotzdem eben auch gleichzeitig Kraft. Und zwar in den richtigen Muskelgruppen, die öffnen. Genau, das ist immer dieses, nein, ich kann kein T-Shirt mehr anziehen, weil man kann einen relativ langen T-Shirt anziehen, wenn man sich kümmert. Ist echt unbequem, aber es funktioniert. Ja, da ist ja wirklich was dran. Und hier ist es auch noch bequem. Also Sie starten einfach mit eins, so kann es jeder. Sie rudern eng, Sie rudern breit, Sie rudern ganz schmal, Sie drücken aus den Fersen. Sie brauchen nichts zu beachten, als vielleicht 10 Minuten die Nachrichten anschauen, 10 Minuten investieren. Jetzt das Ding ist halt, man fühlt sich auf Dauer einfach besser, wenn man sich bewegt. Ich habe mich neulich mit einer Freundin unterhalten, ich sage mal, wenn ich abends den ganzen Tag nicht rausgekommen bin, mich nicht bewegt habe, dann fühle ich mich nicht wohl. Dann bin ich irgendwie unzufrieden. Lieber irgendwas gesportet und wenn es zu Hause, ich mache auch viel Yoga zu Hause, wenn es einfach die Stunde ist, wenn ich Zeit habe oder wenn es noch die Runde durch den Wald ist, was auch immer. Man fühlt sich besser, man ist spannkräftiger, man ist leistungsfähiger. Ja, man schüttet auch Glückshormone aus. Und man ist stolz, am besten wirklich morgens gleich die Viertelstunde nutzen, den ganzen Tag sagen, ich habe es erledigt, singen abgehakt, ich fühle mich gut. Und gerade wenn man fern schaut, man könnte zumindest die Hälfte des Filmes einfach ein bisschen aktiv nutzen. So, genau, das kann man ja zum Fernsehen machen oder einfach, wenn man den Kopf frei kriegen will. Das ist auch eine prima Geschichte. Und dieses Gerät, wie gesagt, ich baue es selber auf. Ja, zehn Minuten maximal. Schauen Sie mal, Sie kriegen das für 5,95 Euro nach Hause geschickt. Oder Sie nehmen die Tabs dazu, dann kommt es versandkostenfrei, das ganze Set. Das wäre übrigens die ideale Ergänzung. Das wäre die ideale Ergänzung, genau. 198 Euro ist der Preis, 272933 ist die Artikelnummer für dieses multifunktionale Trainingsgerät. Zum Rudern, für Bauchübungen und für Planks ist das super zu nutzen. Der ganze Körper.